Musik Ich sag schon mal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League Hier auf meinem Kanal, ob Glück oder können, wenn es winnen, lasst ein Abo da, like die Videos, schreibt das in die Kommentare und aktiviert die Glocke und los geht's Ich hab die Hand rein angezogen, okay los, Start Okay, Ballcam ist an, ganz wichtig, Ball kommt Ah, okay, sah beinah gut aus Ich muss noch üben, aber langsam kommt No Yes, gut gemacht Team, gut gemacht, gut gemacht Wir schaffen das Ich sitze etwas weiter vom Mikro und weg, aber nicht gewollt So ist besser Also die Idee ist da wie so oft Die Idee ist ja da Scheiße, ich hab nach hinten geschrien No, no, no No, ach du Kacke Nein, 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 weg damit Nein, nein Respekt Sind gerade meine Teamkameraden aus dem Spiel raus Okay Lass ich mich so einschüchtern Nein Ich bin einfach nur Kacke Ich weiß irgendwie, was ich machen will, aber es geht nicht Ja Super gemacht Das Deins Sehr schön Eins zu eins Autsch, ein bisschen geblockt, ich hab keinen Vitro mehr Ah, scheiße, ah jetzt hab ich Mist Ich hab gar kein Vitro mehr, das geht doch nicht Der alte Hund braucht doch Vitro Nein Also ich erinnere mich noch an das letzte Video Rocket League, das war gut Ich glaube wir hatten als nur Bots als Gegner Hier bin mir richtig auf die Schnauze Okay, ich hab dich Komm, Balli Toll Yo, und Blocki noch selber Aua Nein Nein Ich kann das doch nicht Mich wird schon wieder weggebombt Was hast du gegen mich? Ich bin der schlechteste Spieler hier Alter Die Leistung heute ist ja richtig mies Wow Der Gegner ist richtig gut Er zieht uns die Hosen aus Dabei sind wir nicht mal die Bayern Okay Was krieg ich doch hin, das ist doch kein Problem Warum nicht? Bang Und kein Turbo mehr Die Richtung glaube Verdammt Ach komm schon 4 zu 1 Spielend Das läuft ja diese Runde richtig gut Und eine haben wir noch Nein Ach ja Das geht wie man sieht Aber ach ja Das Video dient nur zur reinen Unterhaltung Hier geht es nicht um Pro Leistung Jeder der auf meinem Kanal ist Weiß hier geht es nicht darum Dass man ein Pro ist Alter 6 zu 1 Verarsch mich doch Ich spiele den ganzen Tag Immer nur das eine Spiel Ich habe gehört Paladines Real Am Modern Warfare Grounded Also Fallguys Fortnite Es gibt eine Menge richtig geil nette Spiele Die müssen nicht immer nur das eine spielen Danke Ach komm Das ist übertrieben gut Oder 7 zu 1 Shit Okay Okay Ist kein Problem Ist kein Problem Ja natürlich nicht Irgendwie wurde schon Hatte ich nicht 100% Ach komm schon Also was denkt ihr Würde ich jetzt sagen Ich sage es nicht Boom Oh die machen jetzt das neunte Komm schon Verarsch mich Ich kann gerade nicht sehr viel sagen Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir Nein Was mache ich denn Torlage für das zehnte Tor Habe ich dein Auto zerstört Komm 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 Nein Ey komm schon Wie schnell und präzise Sind die denn Ach ja Ach komm Gibt es wirklich so gute Rocket League Spiele unter euch 10 zu 1 Und wir können gar nichts ausrichten Boah Nice day Nein Entschuldigung Fürs Brüllen Es fehlt da wieder der Turbo Die anderen haben irgendwie 1000%igen Turbo Nicht 100 1000 Tuber bläst dein 100% Turbo Als gibt es kein Morgen Das gibt es nicht Es war ohne Scheiß Die haben übertrieben viel Turbo Wir Nicht Und jetzt wird es von dem Teamkameraden weggeklatscht Weil der den Ball Vom Auto nicht unterscheiden kann Danke Bro Und das 11 zu 1 Und das war es Wir sehen uns in der nächsten Runde Okay Willkommen zu Runde 2 Okay Entschuldigung Das ist immer bleib Boah Alter leckt das Nein Boah Wombl Ey Mann Okay Ich muss mit Humor nehmen Ich bin scheiße Aber ich muss mit Humor nehmen Okay No 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 Alter muss ich halt pupsen Ich hoffe das hört man nicht Ja 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 Gut gemacht Gut gemacht Nein Ach das sieht so gut aus Dann geht es daneben Warte mal Das ist unser Tor Was bin ich denn jetzt Orange oder blau Blau Orange Ja Ich muss ja nicht haben Ein Autor Eindeutiger anfassen Ach komm schon Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Team Ihr habt den schlechtesten Mitspieler Also müsst ihr mich tragen Danke alter Was machst du Oh Banana Boy Danke fürs Tor Super Perfekt Geil Ich versau die Runde Ich versau sie Ach komm schon Okay das Also wie gesagt Das Video davor Boah das war so toll Ich hab jedes mal 2 oder 3 Tore geschossen Und hier Kriegt kein einziges hin Und mein Team liegt Als auf die Schnauze Aber nicht vergessen Ob Glück oder Können Win ist win Lass dein Abo da Like die Video Schreib es in die Kommentare Und aktiviert die Glocke Wie kann denn der Ball Quantenphysik Achso Das gibt's nicht alter Also für mich Der so schlecht In dem Spiel ist Es ist unverständlich Wie man so präzise sein kann Schreib es in die Schnauze Ach Eigentor Oder was Hat der das Tor Von Giovanni Reingemacht Das gibt's doch nicht Mein Team hat endlich mal 2 zu 1 Verdammt bin ich scheiße Also nicht vergessen Geht auf meinen Kanal Wenn ihr schlechte Videos Sehen wollt In schlechter Bild Und Tonqualität Ob Glück oder Können Win ist win Lass dein Abo da Nein Warum spielst du den Ball zurück Ey Ich bin auch blöd In dem Spiel Aber ich Würde versuchen Den Ball nicht so zu berühren Dass er in meine Hälfte Zurück geht Wenn dann mach ich das Extreme aus Versehen Aber das war ja gewollt Weil er von der anderen Seite An den Ball drangefahren ist Und schon wieder Ey Ganz ehrlich Ey Ich bin wirklich Ich bin total Ich bin total Ich bin total Die Ich bin total Nein, ach komm schon! Gut gemacht, Bananaboy. Du hast zwei Tore und Giovanni 1 und Opel 0. Aber ich bin schön da langgerutscht, oder? Ich war auf jeden Fall in der Nähe des Balls. Das fehlt doch auch viel, oder? Fehlt wohl was. Ich muss mich daran gewöhnen, was mit den Autos alles geht. Es ist einfach mein Kopf, der das bremst und dann sagt, wie geht das? Ach komm schon, ja komm, auch mein Tor. Ja, gut gemacht, Bananaboy. Wenn schon ich scheiße bin, dann ist mein Team hinzu. Erste Runde haben wir verloren, zweite Runde gewinnen wir. Danke. Danke Bananaboy, danke, danke. Du rettest dieses Video, du rettest mein Video, danke. Und das werde ich nämlich nur scheiße sehen. Ich glaube jetzt nicht. Wir brauchen eine andere Rolle. Wie schnell ist der Ball, dann schlecht. Oh Mann, zu hoch zu hoch, ich komme da nicht hin. Zu weit weg, zu weit weg. Ich höre, ich versuch's aber. Danke, Aua. Ich gucke's nicht noch mehr. Jetzt gewinnen wir. Gewinnen. Oh, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Wir sind hier mit raus. Peace.